Was geht ab? Wir sind ja jetzt am Set und ich hab mein Outfit an. Naja, jetzt geht's hier los, ne? Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt wird's spannend. Ich finde mal interessant, wie das Endprodukt aussehen wird, Freunde. Es muss ein richtig geiler Job sein, Kameramann zu sein, kannst du andere Leute die ganze Zeit filmen. Dich sieht ja niemand. Boah, das ist auch okay, man. Jo, 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 was geht? Essen wir dich fucking, man. Wir sind absurd. Rügt euch das an. Machen wir halt Action. Machen wir halt Action. Was poppin', man? Ja, 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 ja. Naja, uns geht's so gut, ne? Uns geht's so gut, dass wir das sogar wegschmeißen können. Was geht? Ja, echt mal. Keine zwei Minuten da. Ja, es riecht nach Rui. Ihr braucht noch ein bisschen, ne? Nö, 30 Sekunden bin ich fertig. Ich bin fertig. Du bist so der Outfitmaster, Alter. Du bist so einfach richtig krass Outfit. Ha, ich bin zum Outfitmaster geworden. Du bist aufgestiegen. Der Outfitmaster. Was hat immer das bedeutet. Bitte kifft nicht zu früh. Scheißegal, Alter. Das macht dich träge und müde und dumm und so. Das macht dich träge und müde und dumm und so. Wir haben zu früh gekifft. Guck mal das Lied. Ich bin übelst dicht. Ähm. Der gibt so keinen Sinn, aber das ist ganz geil. Du bist so superhaft hier einfach. Ich kann es ja ein bisschen durch den Raum bewegen, so. Ist auch passend, wenn du es da hinlässt, weil da kommt eine Band. Und hier ist das Set. Wir haben das Auto bekommen und jetzt können wir hier mit dem Auto filmen lassen. Die Lichter. So eine Ladehalle. Ist ganz schön cool eigentlich so. Der Mann, der uns die gegeben hat, ist auch sehr freundlich. Hat so einen kleinen Hund gehabt. Noch mal, warte mal, oder? Elias. Geht klar, Bro. Mit der Kamera rumlaufe, dass du so einen Zeitraffer davon machen kannst. Weißt du, was ich meine? Du magst nur die Kamera aus der Hand. Das sieht man eh nicht. Weißt du, was ich meine? Ilge. Oh, lass mich kurz den Brownie aufmachen. Ja, er ist den Brownie und dann gib mir ein paar Beats. Damit wird ein bisschen gerappt. Mal gucken, was da rauskommt. Ich glaube, wir machen Fortschritte mit dem Kölk. Er trinkt jetzt die Zero Cola Light. Mir zum Nächsten egal. Ich komm vorbei. Pass auf. Ich komm rein. Ich komm rein. Zu gut gemeint. Wir haben gerade eine Pause. Uns geht's gut an der Wein. Ich weiß nicht, was ich mach. Ich weiß nicht, was ich tu. Aber eine Sache weiß ich. Der Junge ist einfach da. Zu unberufen. Und da hab ich kurz verkackt. Der Beat, den du da machst. Der ist einfach viel zu krass. Hey, du gehst einfach rad. Und ich spitte ein paar. Alles Freestyle. Ey, du weißt. Ich will my belt. You have my heart in my yard. Lass es raus. Und lass es fließen. Ich bin einfach gerade drin in einer Mauer. Lass sie schließen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, was ich tu. Ich steh in einer Reihe. Uns geht's gut. Schiff. Lass es einfach. Einfach passieren. Ich komm wieder rein in die Bucht. Dicker will rasieren. Die Piseur Salons haben wieder auf. Und das ist gut. Ich schneid mir meine Haare. Aber selber mach es zu. Okay. Oh. Ich komme rein und zersig mal wieder. Ich komme rein, ich bin der edelste Krieger. Sicher kein Verlierer. Ich komme rein und besieg den Endgegner. Jetzt komm vorbei und ich flex mit den Lines. Ich bin perfekt. Nein, ich eigle dich nicht. Sorry, den Grammar. Ich bin nicht. Stark, stark. Was geht ab? Da haben wir gerade keinen Track auf und was denn? Ihr könnt euch drauf freuen. Was geht ab? Ihr Pisser. Und wie läuft es? Job und so. Du weißt schon, die ganzen Sachen, die doch zum Leben dazugehören. Was geht? Entschuldigung. Im Equipment. Im Equipment. Such es. Im Equipment. Equipment im Equipment. Equipment im Equipment. Da kommt der Techniker. Hey, hey, hey. Sorry, hier wird jetzt nicht mehr gefilmt. Mach mal die Kamera jetzt aus. Komm, mach die Kamera aus. Mach aus jetzt. Hier wird jetzt gearbeitet. Komm, mach aus jetzt. Komm, kapiss dich jetzt. Komm, mach aus. Komm, mach aus. Komm, mach aus.